Was ist das? Hier steht, willst du mich hei... Willst du mich heiraten? Nein. Wirklich? Ich weiß, es sollte mir nichts ausmachen, dass du Zoo-Wärter bist, aber... ...es tut es doch. Wirklich? Fünf Jahre später bekommt der beste Zoo-Wärter der Welt... Na komm, Donald, holen wir dich mal aus der Sonne. ...eine zweite Chance. Ich hoffe, meine Anwesenheit ist dir nicht unangenehm. Nein, ist mir nicht unangenehm, sondern angenehm, sehr angenehm... Oh mein Gott! Nein, schon gut, schon gut, ich hab's. Oh Gott, wiederhaken. Okay, also hey, wie geht's dir? Ich muss raus aus dem Zoo. Nun müssen die Tiere im Franklin-Park-Zoo... ...das Undenkbare tun. Du willst reden? Also reden wir! Alter Falter! Wie lange könnt ihr denn schon sprechen? So, mal überlegen, heute ist Dienstag, war Watter, ja? Eigentlich schon immer. Er ist der beste Zoo-Wärter, den wir je hatten! Mach genau, was wir sagen, und aus dir wird ein Alpha-Männchen. Ihr meint, ich soll mich mit dir verabreden? Okay, nichts überstürzen, Playboy. Du musst deinen inneren Bären entdecken. Nein, nein! Brüllen! So ist gut! So geht das! Hallo Kinder! Darf ich dich vielleicht mal was fragen? Ja, alles. Ist das TGI Fridays wirklich so ausgezeichnet, wie es von hier aussieht? Das ist ziemlich gut. Rudern, 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 rudern! Uncool! Der beste Weg, ein Weibchen zu beeindrucken, ist, wenn das Männchen mit einem anderen Weibchen auftaucht. Wusstest du, dass das Adlerweibchen sich am meisten von dem Männchen angezogen fühlt, das am höchsten pflegt? Ja, leck mich am Arsch.